Wir sind zu hoch. Wir sind gleich so dead. Können wir abspringen? Ich klingt nichts mehr. Wir würden einfach runterfallen. Schnell Jungen, dann schnell. Oh, wir haben schon geschossen. Oh mein Gott. Lächerlich. Da war ich der Beste geflogen. Du, bestimmt, Alter. Du wärst nicht mit dem Base gekommen. Dock, shift, dann wählen. Hä? Bist du behindert? Du bist behindert. Shut the fuck up. Euch drei, dir selbst nicht. Wie viele Silphi denn im TS? Los, 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 los. Go, go, go. Go, 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 go. Wird abgeknallt. Da saß bestimmt einer und hat uns alle überlaufen. Ja, das war Friendly Fire. Na jetzt, ernsthaft? Kann ich einer reviven? Dennis wurde von Friendly Fire gekillt. Ja, ich auch. Kann ich einer reviven? Reckless. Der Rex revivet euch wieder. Der hat wahrscheinlich nicht mit Absicht geschossen. Ja, aber erstmal zwei Stück über einen Haufen. Ja, mit einem Schuss kann er zwei Leute killen, wenn es durch den Kopf geht. Wird ich mich verarschen? Der hat euch guten Headshot gegeben, muss ich schon sagen. Ja, das ist auch einiges Problem. Das war zum Zweierturm. Ja, den fick ich jetzt. Wo ist der? Dennis war auf. Weiß dich zusammen. Wir sind ziemlich fies gewesen. Ist so. Das ist real life. Von wer auf der Krims? Jetzt auf die Fresse. Ja, geradeaus. Geradeaus in dieser einen Tür. Wo seid ihr denn? Ach, da hinten. Oh, ich seh euch. Ich kann euch helfen. Da liegt einer. Da ist einer. Nice. Einer hat man. Wir haben geschossen. Da war noch einer. Da war noch einer. Da war noch einer. Oh, jemand von uns down. Hallo? Ist jemand da? Ist jemand da? Ja, Mann. Wer ist noch da? Gut gemacht Dennis. Ich kann euch voll gut sehen von hier oben. Oh mein Gott. Okay, es ist ein Team jetzt. Herzlichen Dank. Danke Digga. Ich kann vom Turm 2 auf euch runter gucken da. Auf der Straße war noch einer. Ich bin auf die Straße. Auf der Straße. Und der Straße wurde gekillt. Ja. Einer direkt an der Palme. Noch einer. An dem Eingang zur Kirche. In der Kirche drin. Am Fenster war der. Ich bin auch tot. Ja. Egal. Der war links von euch. Der war links von euch. Einfach beides. Und dann ist einfach nichts mehr. Das ist gut. Oh mein Gott. Bei mir ist der gerade voll in uns rengeflogen. Bei mir auch. Bei mir auch. Du willst einfach die Straße nehmen können, die da nach rechts gewesen wäre, aber du bist ja nach links abgebogen. Du hast gesagt quiffelt einen. Du bist ja vorher nach links abgebogen, obwohl man nach rechts abbiegen musste. Nein, wir stehen bei mir. Jetzt teleportieren wir uns. Bei mir auch. Jetzt driften wir ein bisschen. Ja, wir fliegen jetzt slow hoch gerade. Jetzt fliegen wir. Jetzt fliegen wir. Jetzt fliegen wir zurück. Jetzt fliegen wir zurück. Wie in einem Julian Bam Video fahren wir so. Gehts alles rückwärts. Jetzt fliegen wir. Jetzt fliegen wir, genau. Jörg, mach mal schneller. Ja. Ja. Alter geht das auf den Sack. Das geht doch nur. Wie weit bist du entfernt, Jörg, dann? Sehen. Mhhh. 884 Meter. Ja, bei mir sind wir noch 1,5 Kilometer entfernt. Und unsere Reifen sind kaputt. Nein. Doch. Schnell und krank. Oh mein Gott. Äh, kann man das irgendwie reparieren? Oh, da hinten sind welche. Geradeaus? Wo seid ihr denn? Am Ende der Straße. Ganz hinten. Ich bin gerade einfach durch. Komm, ich schließe auf. Da hinten, da sind zwei Autos. Toll. Nein, die haben sich gerammt. Null. Null. Das ist, das ist der, die haben die Schütze oben drauf. Und dann. Ein Heli war das. Das war ein Heli, glaube ich. Heli, Heli. Warte. Die rückwärts nicht gleich. Das ist irgendwie so ein Panzerfahrzeug. M ist E3. 200 Meter entfernt. Ja, das war die Straße runter. Ja. Ich rückwärts schon. Ich rückwärts schon. Okay. Ich kümmere dich überhaupt. Hab abgebraun. Ich werde jetzt nicht wieder um die Ecke gucken. Ja, ich will doch um die Ecke gucken. Ach, die lecken wieder. Nein, ist bei mir. Du fliegen, Leute. Was verhörst du mich? Ich bin bei mir fertig. Die Knochen, wursch. Helft uns mich verarschen? Nein, ist bei mir. Leckt alles. Gut gekühlt. Jetzt ist nicht gut. Größeres Kaliber hat halt bessere an längere. Das ist eine gute Rappertierung von denen. Welches Level bist du? Sechs. Also ich hätte... Ich habe wie immer wenn ich respawn habe ich mir das Maschinengewehr, Dings Gold, Upgrade und dann habe ich mir halt die MX Gold, die ich bei jedem Spawn für 400 mit, also 400 plus Scope. Muss ich halt immer bezahlen. Ey der Typ der ist krank, alter. Ich warte halt aber auf Level 9, da kriege ich nämlich eine AKM. Der Typ ist so krank. Also hol dir entweder auch die MX oder so, oder eine Sniper vielleicht. Wenn du das Magazin hast, ne? Wenn du dieses Magazin hast, ne? Weiß man. Wenn du dieses Magazin hast, ne? Mh. Äh. Ich bin drin. Verpiss dich. Soll ich mir ein bisschen... Okay warte. Verpiss dich. Mutual. Dennis, verpiss dich. Geh rein. Wo bist du vorgefahren? Nehmen wir raus? Ja, ich lande da. Obwohl, ich geh doch lieber zu. Dann gibt es einen Gegner. Rechts. Es wird abgeknallt. Doch. Schön, was ihr da auch immer mit einem Kampfhelin macht.